So, da ist der Stand von Riolink, die mich auch eingeladen haben zur Funkausstellung. Den geben wir jetzt hier nochmal links und dann gucken wir uns gemeinsam mal die Produkte genauer an. Ich habe ja einige schon vorgestellt von Riolink, den Home Hub, den seht ihr hier auch. Die Türklinge habe ich euch vorgestellt und auch die Argus 4 Pro habe ich euch schon vorgestellt. Dann gehen wir doch mal, hallo. Dave, ich wurde von euch eingeladen. Ich bin hier am Stand von Riolink, ich spreche das jetzt einmal kurz nach und warte auf seine Kollegen. Dieses Video wird unterstützt von GoinBuzz. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren, sowie Adobe, das ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39, 98 herum. Netflix, Spotify, dieser Power Mount, Disney Plus. Ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Power Mount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave und dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Hier sehen wir jetzt, wie der Buchstabe R neu designt worden ist und die Präsentation. Ich lasse es ja auch im Original laufen. Ich war ja auf der Messe und dann hören wir uns das kurz an, bzw. wir sehen uns das ganz kurz an. Danach kommt dann die Produktpräsentation, die ist auf Englisch. Ich lasse das auch so laufen und werde dann danach die einzelnen Produkte ganz kurz vorstellen. Und ich freue mich schon auf die neuen Produkte. Und ich freue mich schon auf die neue Produkte. Ich freue mich schon auf die neue Produkte. Wir sind in Smart Security Technology. So, AsiMovim has been in Smart Security Innovation with over 15 years of experience. And 40% of our team dedicated to R&D. Wir keep pushing the boundaries to bring you peace of mind with our products. Let me give you some examples. In 2016, we launched a Real League artist. Anitta's für Leading Bateman-Powered Security Camera. And in 2017, we launched a Real League Go. A 4G-enabled security camera that allows for internet connectivity in remote locations. In 2021, we launched a Real League Dual. And in 2022, the TrackPink Series. Both are groundbreaking dual-lens solutions for seamless security. Now, early this year, we launched a Real League Arcus Quo Pro. It's the world's first battery-powered security camera in dual-lens with our ColorX technology. And because we keep listening to our users, we launched the Dual-Grade POV this year. Which is a 16-megapixel security camera that allows for high-resolution footage with fine details. And with our 4K ColorX technology, you're able to view high-resolution footage in full color, no matter the time of the day. Now, oh yeah, by the way, this year is special. It's our 15th anniversary. Yeah, yeah. We've built a reputation around relentless innovation and a deep understanding of our customers' name. And because of that, you can see from our growth over the past 7 years. Our products are now available in over 100 countries globally. And we keep working hard to bring these amazing innovations to more countries around the globe. We also have a dedicated customer service support available to all of our users. Now, as we celebrate this anniversary, I think it's the right time to introduce our brand campaign. And it's a new identity for real-lens. But this isn't just about celebrating. It's about sharing what we believe in, our core values. And it's showing you, the users, how we can support you while keeping you safe. Here you go. Over the past 15 years, we've been creating For everything you care about. For closer connections. For those in need. Blue, where are you? Blue! Real luxuries homes with millions of people. Providing safety and security. They're desire for security motivates us. We strive for a higher definition. Hey, buddy. Help. We're prepared to confront every risk. We constantly push the boundaries of vision. From day to night, in all weather conditions. We constantly have your security in mind and insight. We're also mercies. Wir werden die Menschen verbunden werden. Hier sehen wir die erste neue Kamera, eine 4K Kamera mit Color X. Und das ist die Atlas PT Ultra. Hier sehen wir die nächste neue Kamera, dafür gibt es noch keinen Namen zu dem Zeitpunkt vom 06.09. Und dann sehen wir auch gleich im nächsten Bild das neue Logo auch auf den Kameras. Dann sehen wir hier auch neue Solar Panels, die sollen 3 Watt, 6 Watt und glaube ich 12 Watt. Und dann gibt es die in Schwarz und in Weiß, das weiß ich jetzt schon. Und dann gibt es eine neue Produktlinie für den Forstbereich oder Wildtierbereich. Auch da gibt es verschiedene Kameras. Die eine heißt zum Beispiel Go Ultra, haben alle LTE, also sprich 4G. Und für verschiedene, ja mit Solar Panels, selbstverständlich. Und diese Vollfarb-Technologie Color X wurde entwickelt mit einer neuen Produktreihe, die denn auch mit echter Vollfarb-Nachtsicht vorgestellt wird. Das sind denn die Kameras, die jetzt hier schon vorgestellt worden sind. Dieses werde ich dann klar präsentieren, sobald ich die neuen Kameras zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.